Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung wird dem Grunde nach drei oder vier Schwerpunkte setzen im Jahr 2019. Im Bereich der Digitalisierung haben wir einiges nachzuholen. Wir werden 500 Millionen Euro alleine in die Hand nehmen, um jetzt auf den Weg zu bringen, den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur, den Ausbau Gigabit-fähiger Netze und auch WLAN an allen öffentlichen Gebäuden. Aber die Digitalisierung ist das eine. Darüber hinaus geht es auch darum, junge Existenzgründer und auch Handwerksunternehmen dabei zu unterstützen, gerade in der Anfangsphase Kapital in die Hand nehmen zu können und damit ein Unternehmen zu gründen. Wir wollen einen Wagniskapitalfonds von 25 Millionen Euro auf den Weg bringen. Wir wollen eine Gründungsprämie auf den Weg bringen. Wir wollen die Meisterprämie verstetigen. Und wir wollen darüber hinaus in einen sehr wichtigen Dialog mit der Automobilindustrie und den Zulieferern treten, denn in kaum einem anderen Bereich in Niedersachsen werden in den nächsten Jahren die Fragen des Strukturwandels sich so sehr stellen. Und dabei sehe ich insbesondere nicht nur die Elektromobilität. Ich sehe die Gasantriebstechnologie, die Brennstoffzelle, die Wasserstoffstrategie des Landes Niedersachsen im Bereich auf die Antriebstechnologien von Fahrzeugen der Zukunft, ob nun im Lkw-Bereich, im ÖPNV, im Taxenbereich, im Individualverkehr, aber auch im Bereich der maritimen Industrie, also unseres Schiffbaus. Das ist grob gesprochen das Jahr 2019, was wir uns vorgenommen haben. Wir werden die Ärmel hochkrempeln und schlicht das tun, was man von uns erwartet, nämlich arbeiten.